Genug! Wir haben drei Monate und keinen Tag mehr. Das ist unmöglich einzuhalten. So viel ist sicher. Wir brauchen magische Kräfte. Ja, genau. Ich weiß nicht, was da die gute Nachricht ist, aber ja. Papa erzählte mir oft die Geschichte von dem Droiden Mirakula. Nein, nein, nein. Mirakuli, glaube ich. Vielleicht was auf X? Rix. Asterix. Und das ist Obelix. Und der kleine Hund ist Idefix. Gallia, kämpf um dein Leben. Bist du neu hier? Nein, Obelix, du bist in den Topf gefallen. Als ich noch klein war, schon gut. Wir wissen es langsam. Man hat wirklich den Eindruck, man hat es mit einem dicken Grobian zu tun. Wo ist dir ein dicker Grobian? Der kleine Gallia hat den Namen eines Helden. Schwarzenegger-Rix. Das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig.